Wen rufst du im Notfall an? Herz gebrochen? Ruf den besten Freund an. Bahn verpasst? Ruf dir ein Taxi. Kühlschrank leer? Ruf den Pizzaservice an. Du bist krank? Ruf die Hausarztpraxis an. Praxis zu und du kannst nicht bis morgen warten? Ruf die 116 117 an. Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen ist für dich da, wenn du außerhalb der Sprechzeiten akut erkrankt bist. Hier kannst du auch mit einem Arzt am Telefon sprechen. Wie lange haben Sie schon die Beschwerden? Notruf des Rettungsdienstes. Wo genau ist der Unfallort? Du bist in einer lebensgefährlichen Situation? Ruf die 112 an. Die 112 ist die Notrufnummer des Rettungsdienstes für plötzlich auftretende lebensgefährliche Situationen, in denen du sofort unsere Hilfe brauchst. Es gibt viele Notfälle im Leben. Nicht jeder ist ein Fall für den Notruf. Die richtige Nummer im richtigen Moment. Eine gemeinsame Kampagne der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und des Rettungsdienstes.